Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und wir befinden uns hier bei unserem richtig, richtig schönen Häuschen. Und Kata, weißt du was? Was denn? Ich habe richtig doll Hunger. Ich habe auch voll Hunger. Lass uns was essen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal so, zack, 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 zack. Und unsere Häuschen sieht wirklich so süß aus. Guck mal, Kata, wir haben hier ein kleines Räumchen. Hier kann man sich hinsetzen und ein paar Bücher lesen. Und dann geht es hier weiter. Und hier hinten ist unsere Werkstatt. Schau mal. Oh, die sieht voll schön aus. Hier kann man irgendwas cooles craften mal. Oh, das stimmt. Und hier geht es nach oben. Und hier sind unsere Schlafzimmer. Das ist so cool. Aber warte mal, Kata. Ich gehe hier in die Küche und hole was Leckeres zum Essen. Schau mal. Es gibt Fleisch, Brot und Pumpkin Pie und Donuts. Oh, Erdbeeren gibt es auch. Warte mal. Ich nehme mir zwei Cookies und eine Erdbeere. Und oh, was hast du denn da? Ich habe Trauben. Oh, das ist auch sehr lecker. Okay, okay, dann würde ich sagen, wir setzen uns hier hin. Okay, ich setze mich neben dich und dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Guten Appetit, Kata. Oh, die sind so lecker. Und dann noch einen Cookie und zack. Und noch einen Cookie. Oh, so cool. Das hat richtig lecker geschmeckt tatsächlich. Das stimmt. Und eine Traube mache ich wieder zurück. Das war richtig nice. Ja. Und Kata, weißt du was? Was denn? Wir brauchen noch richtig, richtig viel Holz, um unser Haus noch ein bisschen zu erweitern. Oh, stimmt. Schau mal. Wir wollten hier dran ja noch was bauen. Da könnten wir zum Beispiel in einen Pool hinbauen. Oh, stimmt. Das ist eine sehr coole Idee. Okay, warte mal. Dann hole ich mal eine Axt und auch eine Spitzhacke. Und dann können wir ein paar Bäume fällen. Und dann können wir unser Haus richtig cool erweitern. Warte mal. So, guck mal, Kata. Bitteschön und bitteschön. Dankeschön. So, zack, 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 zack. Und warte mal. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Oh, sehr nice. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen in den Wald und gehen ein paar Bäume fällen. So, zack, 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 zack. Und Kata. Was denn? Wie groß willst du den Pool denn bauen? Riesig. Der soll richtig, richtig groß werden. Ja, wirklich? Mhm. Oh, ich bin richtig, richtig gespannt. Okay, zack, 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 zack. Ich habe schon richtig viel Holz. Richtig gut. Warte mal. Ich habe jetzt schon acht Stück. Und du? Ich habe jetzt schon 17 Stück. Sehr nice. Und dann könnten wir ein bisschen Erde ausgraben und dann da Holz platzieren, um dann da einen Pool hinzubauen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal. Ich helfe dir hier mal. Hallo, Kata. Hey, na? So, da pflanze ich hier noch die Saplings nach und warte mal, ich hole was für dich. Was denn? Das ist ein Geheimnis. Ich glaube, ich weiß, was ich bekomme. Was denn? Ich sage es nicht. Warte mal, ich komme zu dir. Und hallo, guck mal. Hi. Und bitteschön. Ja, ein Blümchen. Dankeschön. Das ist so cool. Okay, okay, dann helfe ich dir hier noch mit dem Bäumchen. Und warte mal, hier ist ein Kaninchen. Schau mal. Moment, ich komme zu dir. Und? Hier hinten. Schau mal hier, Kata, das kleine Kaninchen. Oh, wie süß ist das denn? Es hat ja voll die schöne Farbe. Und warte mal, den Baum nehme ich hier noch mit. Und dann können wir anfangen, ein bisschen Erde wegzugraben. Oh, das stimmt. Okay, warte mal, zack, 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 zack. Der Baum wird noch gefällt. Und Moment mal, wo willst du den Pool denn bauen? Ich zeige dir wo. Pass mal auf. Wir gehen wieder zum Häuslein. Und dann direkt daneben dran können wir ein bisschen Zaun platzieren, ein bisschen Erde weggraben und einen coolen Pool hinbauen. Hier hin so. Oh, sehr cool. Okay, warte mal, so zack, 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 zack. Dann würde ich sagen, ich buddel schon mal den Pool. So, dann geht es hier nach unten. Das wird wirklich so, so, so nice. Der Pool wird so schön aussehen. Oh, ja, der wird riesig. Oh, ja. Warte mal, so zack, 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 zack. Dann buddeln wir hier ein riesiges Loch. Und warte mal, Kater. Wie groß soll der Pool denn werden? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Soll der noch ein bisschen tiefer werden, oder? Oh, ja. Moment mal, ich mache den Pool hier noch ein bisschen breiter. So, zack, 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 zack. Das wird wirklich so nice. So und so. Und ich würde sagen, Kater, wir machen den Pool noch zwei Blöcke tiefer, okay? Ja, das hört sich gut an. Ja, so zack, 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 zack. Und weißt du was? Was denn? Ich crafte mal das ganze Holz um. Und damit können wir den Pool noch ein bisschen verschönern. Oh, stimmt. Okay, warte mal. Ich brauche hier gerade mal das ganze Steinchen ab. Oh, sehr nice. Ja, so zack, 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 zack. Das wird wirklich so ein schöner Pool tatsächlich. Oh, schau mal. Wir haben jetzt den Pool hier fertig gebaut. Und wenn wir da Wasser rein tun, dann können wir da richtig schön planschen. Oh, das stimmt. Das ist so richtig, richtig cool. Aber warte, Kater. Es ist wirklich schon richtig, richtig dunkel. Und ich bin auch schon so, so, so müde. Ich würde sagen, wir gehen erst mal schlafen und morgen füllen wir dann Wasser rein. Das ist eine gute Idee. Ich bin auch richtig, richtig kaputt. Es war voll anstrengend, das Ganze hier zu bauen. Oh, das stimmt. Okay, Kater, ab ins Bettchen. Und zack, ich folge dir. So, zack, 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 zack. Und gute Nacht, Kater. Gute Nacht. Und ab ins Bettchen. Guten Morgen, Kater. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Ich habe auch sehr gut geschlafen. Warte mal, so, zack, 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 zack. Und Moment mal, hörst du das? Es regnet. Oh, stimmt. Es regnet sogar richtig stark. Ach, Mann. Oh, Gott, oh, Gott. Moment mal. Schau dir das hier mal an. Das sieht ja richtig lustig aus. Es regnet einfach Creeper. Oh, Gott, oh, Gott. Moment mal. Oh, ich habe richtig Angst, Kater. Pass auf, dass sie nicht explodieren. Was ist denn hier los? Es regnet einfach Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das sieht ja richtig seltsam aus. Das sieht richtig, richtig komisch aus. Oh, je, oh, je. Moment mal. Denkst du, die Creeper sammeln sich hier im Pool? Ich glaube, wenn es weiter so lange Creeper regnet, dann fühlt sich das bestimmt ganz, ganz doll auf. Oh, das stimmt. Moment mal. Dann haben wir einen kompletten Pool voller Creeper. Das ist ja richtig lustig. Oh, stimmt. Das wäre ja richtig lustig. Ich glaube, wir können einfach reingehen, ein bisschen abwarten und dann füllt sich das Becken. Oh, das stimmt. Moment mal. Schau dir das hier mal an, Kater. Das sieht wirklich so, so, so lustig aus mit den ganzen Creepern. Das ist so cool. Das stimmt. Ich bin so gespannt, ob das ganze Becken sich auffüllen wird. Oh, das stimmt. Okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir setzen uns einfach hier hin und warten ein bisschen. Okay. Moment mal, Kater. Schau dir das hier mal an. In dem Schwimmbecken sind Creeper drin. Moment mal. Schau dir das mal an. Es ist schon ein bisschen voll gelaufen. Oh, stimmt. Das sieht ja richtig lustig aus. Ich glaube, wenn wir noch länger warten, dann füllt sich das bis hier oben hin auf. Oh, das stimmt. Und da sind so viele kleine Creeper drin. Das ist ja richtig süß. Oh, das ist so cool. Okay, Kater. Warte mal. Dann würde ich sagen, ich setze mich einfach hier hin und wir warten, bis das voll gelaufen ist. Okay. Ich lese mein Büchlein weiter. Oh, Moment mal. Schau dir das mal an. Das komplette Becken ist voll mit Creepern. Und warte mal. Traust du dich da rein zu hüpfen? Oh, das ist irgendwie komisch, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal und zack. Ich bin auf den Creepern. Oh, warte mal. Soll ich auch mit reinspringen? Ja, komm. Und zack. Oh, Moment mal. Wir laufen hier einfach auf richtig, richtig vielen Creepern. Das ist ja richtig lustig. Und warte mal. Ich bin hier richtig langsam. Schau mal. Das ist irgendwie unangenehm. Das fühlt sich voll seltsam an. Oh, das stimmt. Das fühlt sich richtig komisch an. Warte mal. Ich komme wieder raus. So zack und zack. Das ist aber wirklich richtig cool. Das ist einfach Creeperregne. Das ist so nice. Das stimmt. Und die Creeper schauen einen ganz, ganz süß an. Schau mal. Oh ja. Das ist so süß. Und das ist wirklich so cool hier mit den ganzen Creepern. Und warte mal. Oh, es hört auf zu regnen, Kater. Oh, richtig, richtig nice. Und schaut ihr das mal an. Wir haben jetzt unseren ganzen Pool voll mit Creepern. Das ist ja so cool. Oh, stimmt. Richtig, richtig nice. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ob es war ja richtig seltsam, dass es einfach Creeper geregnet hat. Oh, das stimmt. Das war richtig komisch. Und Moment mal, Kater. Schau mal. Ich kann jetzt abbauen. So zack und zack. Und dann haben wir einfach Creeperblöcke. Das ist ja so cool. Oh, richtig, richtig nice. Das war so cool, dass es Creeper geregnet hat. Das ist ja richtig lustig, Creeperblöcke zu haben. Damit können wir was richtig cooles bauen. Oh, stimmt. Moment mal. Wir könnten ein kleines Creeperhäuschen damit bauen. Oh, ja, lass uns das machen. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Okay, zack, 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 zack. Ich habe schon 22. Und zack, Moment mal. Ich würde sagen, Kater, wir bauen das Creeperhäuschen hier vorne hin. Okay, ich habe schon einen ganzen Stack an Creeperblöcken. Oh, das ist sehr gut. Okay, warte mal. Dann fange ich hier mit dem Creeperhaus an. So, zack, 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 zack. Und dann baue ich hier noch weiter so und so. Da kommt hier vorne der Eingang rein. Und schau dir das mal an. Das sieht so cool aus. Oh, stimmt. Okay, warte mal. Und hier weiter. Und natürlich muss auch der Boden aus Creeperblöcken sein. Oh, das stimmt. Okay, warte mal. Dann hole ich hier noch ein paar Creeperblöcke raus. So, zack, 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 zack. Und dann helfe ich dir. Oh, ich habe jetzt 21. Ich komme zu dir, Kater. Und Moment mal. Oh, das Creeperhaus sieht so cool aus. Ja, oder? Okay, warte mal. Dann mache ich dir so ein kleines Dächlein oben drauf. So und so. Das wird so schön aussehen tatsächlich. Zack und zack und so. Oh, sehr cool. Okay, okay. Dann mache ich das Dach, Kater. Ja, und ich mache hier noch grünes Glas rein. Dann sieht es auch nochmal schöner aus. So und zack, zack und zack. Oh, so cool. Oh, Moment mal. Das Creeperhaus sieht hier wirklich richtig, richtig schön aus. Warte mal. Jetzt gehen wir hier rein. Und das sind unsere zwei Bettchen. Und richtig schöne grüne Fenster. Und ein kleiner Kaktus. Und vor allen Dingen ein kleiner Spielzeugcreeper. Das ist ja so süß. Oh, das ist mega cute. Oh, mir gefällt das Häuschen richtig, richtig gut. Da würde ich gerne wohnen drin. Oh, das stimmt. Das Creeperhäuschen sieht wirklich so, so, so süß aus. Das ist so cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018